Gute Nacht, Joe. Gute Nacht. Wie auch immer. Da muss ich dann auch noch Leitern anbringen. Dat wär Immersion-mäßig. Ganz vernünftig. So, dafür brauch ich dann nochmal sechs. Nein, sechs sagte ich. So. Okay, hier gibt's dann so zwei Wachen und da gibt's zwei Wachen. Das sind halt so beste Kumpelfreunde und so. Deswegen haben die nichts dagegen, wenn die hier sich ein Zimmer teilen müssen. Sind halt, die kennen sich schon, seit sie klein sind. Oder sind vielleicht sogar Oh, Rana, komm aus der Wand raus. Das ist gefährlich. Und für ein bisschen Diskretion muss ich dann auch noch sorgen. Das hätte ich ja fast vergessen. Aber das werde ich natürlich gleich nachholen. Aber mit was? Mit Bücherregalen wär doch schön. Nee. Nicht unbedingt. Glowstone, da wacht man auf und dann strahlen einen die Augen raus. Das wär auch nicht so schön. stone. Ich nehme einfach Holz, weißt du. Das ist doch... Das ist doch etipetete. So, komm schon. Mist. Das Lied kenne ich ja gar nicht. Wann habe ich das denn in die Playlist hinzugefügt? So, hier auch noch ein wenig die Diskretion. Wenn ich bitten darf. Da ist jetzt natürlich noch nur, äh, noch so eine durchreiche. Da kann man so sagen, hallo, hier, äh, hast du vielleicht die neue PC-Games. Oh nein, jetzt habe ich Namen gesagt. Hast du vielleicht die neue Computerzeitschrift? Ja, hier kannst du haben. Ja, danke. So macht man das denn ungefähr. Das ist doch prima. So, vier Holzkohle habe ich da. Die zwei Kohle nehme ich mit. Die drei Kohle nehme ich mit. Die vier Holzkohle kommt hier unten rein. Ah ja, was kann man denn jetzt groß machen, wenn wir keine Steine haben? Man könnte in eine Höhle gehen. Mal wieder. Och, das finde ich so schade. Ich mag die Icon, äh, ja, die Items. Also, die Item-Icons so sehr von Mieser. Nur halt, guckt mal. Also, wenn ihr auf Vollbild schaltet, dann seht ihr halt, ja, 64x64 ist halt nicht hoch genug. Das wirkt pixelig. Das ist schade. Ich suche mir vielleicht mal ein 128, mal 128-Pack raus, wo die Items halbwegs gut, ähm, passen zu Miesers. Und dann überschreibe ich da ein bisschen was. Weil, ein bisschen auf den Keks geht's mir schon. Also, wenn man da reinguckt und dann, ja, mh, auch wenn ich die wirklich so mag, die sind so gut gelungen. Ach ja. Vor allem sowas wie die Goldbarren oder so. Und die erinnern mich halt immer an die Anfangszeit von Minecraft, wo ich damit, also, wo ich angefangen habe, Minecraft zu spielen. Da hab ich das Mieser-Pack benutzt. Deswegen mag ich das da eigentlich schon sehr. So, dann können wir hier ja auch weiter einen Stand machen. Haben wir noch Zäune? Ne, ich brauch neue. Und ich hab auch gar nicht mehr genug Wolle. Wolle, ich brauche Wolle, aber ich habe keine Wolle. Hab ich so wenig Wolle mitgenommen? Ich pass ja gar nicht auf. Mensch. Ja, das ist ja prima. Den, äh, verwuste ich jetzt auch noch. So. So. 29 Zäune dann. Hoi, Komoraner, wir eilen zu unserem Landhaus. Hier müssen dann eventuell auch noch Laternen oder Lampen hin. Ich weiß nicht, gehört das dir dann noch zum Stadtgebiet? Eigentlich eher nicht, ne? Da endet das Stadtgebiet und dann beginnt hier der Landweg. Die Fackeln kommen da natürlich, also die Fackeln da kommen natürlich weg. Das bleibt nicht so. Das sieht ja komisch aus, wenn da irgendwelche Fackeln auf dem Boden stehen. Und was ist denn, ähm, warum hängt da eine Fackel? You are strange. Da habe ich mal gerade eine Idee und ich möchte mal gucken, wie das aussieht. dafür muss ich mal eben doch eine Fackel setzen. Ja, äh, das sieht prima aus. Das kriegt man ja total mit. Dass hier jetzt ein Glowstone unter Wasser ist, naja, ein bisschen, ne? Also das wirkt jetzt so ein bisschen beleuchtet, aber so stark nun auch nicht. Ich dachte, das hätte einen größeren Effekt. Ich muss an sich mal eben unsere Schafe scheren gehen. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich die x-milliardsste Schere. So. Schafis. Ach, da war schon Schafi. Wie konnte ich das denn übersehen? Please, I need your Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolle, Wolle kaufe. Hallo, Schafis. Ich, äh, schere einmal hier quer durch und kriege hoffentlich 10.000 Punkte beim Touchpen-Score. Wenn nicht noch mehr, dann kann ich vielleicht meinen High-Score von 15.000 knacken. Das wäre was. Nein, hier ist Schnee. Hier soll kein Schnee sein. Meine armen Schafis sind ja jetzt hier noch kalt. Na, Schafi, ist dir kalt? Ist dir kalt? Nee, dir ist nicht kalt, ne? Nee, dir ist nicht kalt. Dir ist nicht kalt. Genau. Ist eine warme Sommernacht. Oder einfach nur ein bisschen frisch. Da freuen sich die Schafis auch mal. Denken sie sich, ach, endlich mal. Nicht die ganze Zeit in diesem riesen Wollkleid. Das ist ja auch angenehm. Und ihr esst schneller, als ich euch, äh, scheren kann. Ich bin weg. Tschüss. Hoho. Das, ah, das in der Stadt jetzt mit den 10.000 Milliarden Fackeln sieht auch nicht so toll aus. Ja, das sieht da hinten ja lustig aus. Guckt euch das mal an. Achtung, meine Güte. Da, die 10.000 Fackeln auf den Dächern haben jetzt nicht so unbedingt atmosphärische Elemente. Ich glaube, da muss ich eher Glowstones in die Decke einarbeiten. Ja, das, das mach ich. Das mach ich. That's what I do. Da, 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 da. Das einzig Blöde finde ich so, wenn gerade die Sonne nicht aufgeht, äh, die Sonne nicht hoch am Himmel ist, also die Sonne noch nicht am Himmel ist und der Mond noch am, äh, runtergehen ist, da finde ich das dann ein bisschen schade, dass die Beleuchtung wirklich so ausgehebelt wurde. Das sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus. Aber ist ja in den neueren Versionen, äh, weil Carry Onyx oder ich weiß es gerade nicht. Ich könnte mir den Namen nicht merken. Ähm, da wieder die Shader bearbeitet, ist da das Problem dann da nicht mehr vorhanden. So. Come to me, Fackeln. Ihr seid da ein bisschen fehlplatziert, weil das sieht einfach nicht aus. Und dann habe ich ja wieder unser tolles Tool, was mir verrät, dass hier keine Monster mehr spawnen können. Das ist doch prima. Da oben können wir noch Monster spawnen. Deswegen Trick 17. Ha, 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 Trick 17. Ich bin sogar noch gewiefter, weil wir in das Haus nicht reingehen, weil das Haus verschämmelt ist. Äh, mache ich einfach so. So. Dann müssen wir uns auch bald wieder Glowstones holen. Ach, ich freue mich. So, alles sicher machen, alles Monster sicher machen. Ich will nicht, dass irgendein Monster, äh, ein Dorfbewohner hier Opfer eines Zombies wird. Das würde mich überhaupt nicht freuen. Hier drin ist, ja, hier drin ist sowieso ausgeleuchtet, wenn ich einen Glowstones in den Decke einarbeite. So, wenn man das hier wegnimmt, ja, dann kann er was spawnen. Das ist natürlich, ja, ja, das könnte man als Problem ansehen, muss man aber nicht. Aber, ich sehe das jetzt mal als Problem an. und nutze, ähm, gewiefte Techniken, nenne ich es mal, beispielsweise Holz. Das ist eine sehr gewiefte Technik. Die heißt so, weil sie gewieft ist, müsst ihr wissen, und ebenfalls Trick 17 benutzt. So, hier ist, ähm, hier kann ich spawnen. Hier ist doch gar kein Fackerlicht. Ich setze hier mal lieber eine Fackel, bevor da ein Zombie drin ist. Und dann geht ein Dorfbewohner da rein und dann haben wir den Salat. So, das Problem haben wir auch erledigt. Und dann hier haben wir Halfstone Slips. Stimmt, ich könnte Halfslips setzen. Na, wäre zu viel Arbeit, die ganzen Dächer nochmal auseinanderzunehmen. So, aber hier haben wir jetzt schöne Deckenbeleuchtung. das ist doch auch schnaffte. Ah, Frames, was ist denn gerade los mit euch? Achso. Okay. Da haben wir ja nur das Problem und da. So, weil das hier ist ja so der Hauptweg, deswegen ist hier natürlich besondere Finesse gefragt. die 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrrr. 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 Entschuldigung. Äh, ist natürlich jetzt, das kriege ich nicht symmetrisch hin, deswegen mache ich jetzt hier so. So. Die besondere Finesse sieht so aus und das kommt auch wieder mit. So. Tada! Und nichts kann spawnen. Das ist doch prima und, äh, die Ambient Occlusion Shader sind aber auch ein bisschen komisch. Ähm. Was machen die denn da? Also, dass hier Schatten sind, verstehe ich ja, weil die Sonne von da kommt, aber, äh, ich glaube, ich habe den Wert zu hoch reingestellt. Guten Tag, Freunde, guten Tag, ist alles in Ordnung bei euch? Ach, Mensch, ihr seid auch solche Volltrotte. Was lauft ihr alle rein? Aber hier seid ihr erstmal sicher. Ich meine, das ist nicht böse, dass ich die da drin habe. Die sind da von alleine reingelaufen, ehrlich. Hey, du. Wie kommst du hier hin? Was handelst du? 10 Smaragda, ein Eisenschwert. Ja, natürlich. Und dann, hier unten. Ah. So. Ich meine sogar mal, dass ein Zombie hier unten mal, ein, oder ein Dorfbewohner, ein Zombie mal hier unten zum Opfer gefallen ist. Ich weiß aber nicht, ob ich mich da richtig erinnere, oder einfach völlig falsch. Und so, hier haben wir auch alles. Falls ihr euch fragt, was hier unterirdisch ist, ich habe den Weg unterbuddelt, einfach um Sand zu haben. Äh, ja doch, um Sand zu haben. Für Sandstein und Glas und alles. Und dergleichen. Und ihr wisst schon. So. Schönes Lied übrigens. So, dann hier noch. Okay. Und dann gehe ich wieder raus und dann beende ich auch mal gleich die Aufnahme. Frames, jetzt kriegt euch bitte wieder ein. Pliss, 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 pliss. Hab, oh, Sonnenlicht. Sonnenlicht. Ja, äh, da sind deine Freunde, ne? Ja. Ja, guckst du richtig. Ne, das war ich nicht. Oh, guck mal, hat die da eine Träne? Nein, keine Sorge, denen geht's gut. gut. Ach, weißt du was? Da drin kann sogar ein Zombie spawnen. Oh, das ist ja, okay, ich hole euch da raus. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die da nie drin gelassen. So, Achtung, alle aus dem Weg, alle aus dem Weg, alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg, alle aus dem Weg, alle aus dem Weg, alle aus dem, jetzt kommt schon. I try to beende, es ist Aufnahme. So. Please, go away. So. Ich sag doch, ich sag doch, die kommen, ah, alle schwärmen sofort raus. Dann schwärmt mal schön aus, ihr Kompanions, aber ihr wollt auch gar nicht ausschwärmen. Ich muss hier drin eine Fackel setzen, das geht ja nicht anders. Hätte ich das gewusst, dass da drin ein Zombie spawnen kann? Ah, alle unsere Dorfbewohner hätten weg sein können. Und auf den Shop mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. So. Bis dahin. Tschüss.